Moin Moin, jo, ich hoffe bei euch ist alles klar, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und zack, neues kleines Päckchen vom Musaya Shop von Michael, vielen Dank, ich weiß doch schon was drin ist, ja ich dachte mir, wir machen nochmal ganz kurzes Winter Unboxing für euch, da sollte nämlich das niegelnagelneue Sunremu 910 drin sein, jipp, das 910, das ja, das gab es jetzt schon in einigen Varianten, das ist die ganz neue Nummer, 910 Plus, der Stahl ist 12C27 Sandwick, finde ich super, dass wir das weiterverarbeiten, mit Kojotenbraun zum Griffschalen, ich habe die Dinger im Netz schon gesehen, nice, nicht ganz mittig, aber richtig feiner Klinge, richtig feiner Klinge, nice, blanke Klinge, Set and Finish, gibt es auch ein Stonewash Finish und die Variante jetzt mit abnehmbarem Daumenpin, gibt es in allerlei Farben in der Griffbeschalung, ab morgen, ab dem 17.01. bei Josiah, bei Michael zu beziehen, Link findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung und ich werde es auch hier oben nochmal hinschreiben, ja, der Hammer, was die weggelassen haben diesmal ist diese Autologs-Sicherung, finde ich aber gut, ich mag zwar dieses Feature der extra Sicherung, habe es aber ehrlich gesagt nie groß benutzt und ebenfalls neu ist halt, dass man die Daumenpins abschrauben kann, ja und halt das G10 in verdammt vielen Farbvariationen, Coyotebraun, finde ich eh super, dann gibt es noch Orange, dann gibt es noch so eine Art dunkles Grün, Jägergrün nennt sich das glaube ich und Schwarz natürlich und dann halt mit, ja, mit normaler silberfarbener Klinge oder mit Stonewash finished, das ist doch meiner, das ist doch mein geiles Teil, oder? Also wer auf Sebenza-Styleartiges Messerchen scharf ist, der sollte hier unbedingt zugreifen, liegt bombastisch gut in der Hand, schöne, dicke, stabile Stahlliner, gutes Gymping, das überhaupt nicht weh tut, aber ein bisschen Grip gibt, hier hinten auch nochmal, läuft ganz rum, auch am Liner, die Stahlliner sind hier, leicht aufgebohrt und hier vorne auch nochmal, also relativ leicht das Messer, werde ich mal noch mit reinschreiben, was das wiegt, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, vom Feeling her, oh schwer zu sagen, ist er wirklich relativ leicht, ich würde sagen 125, 125, 130 Gramm, schwer zu sagen, ich schreibe es auf jeden Fall mit rein, butterweicher Klingengang, lässt sich total easy aufwerfen, ja, die Klinge ist natürlich ein Knaller, Hohlschliff, sauscharf, sauscharf, Wahnsinn, wie gesagt, ab dem 17., ab dem 17.1. im Josiah Shop zu beziehen, für den Hammerpreis von unter 40 Euro, mit Sandvik Stahl, super Verarbeitung, schöner, langer, großer Gürtelclip, super stabiler, perfekt stehender Liner, das ist doch genau das Richtige, wenn man von der Arbeit kommt und sowas in der Post hat, ich bin mir sicher, den werde ich gleich nochmal nachstellen, den, äh, den Klingengang, dass er dann auch perfekt mittig ist, ja, und das aller coolste, äh, die, äh, schwarze Variante, mit dem schwarzen G10, die gibt es für unter 35 Euro, ich glaube für 34,90, und, ähm, die teuerste Variante, unter anderem, äh, die mit den Coyote-Braunen, Griffschalen und Stonewash, kostet dann glaube ich 39,90 und alle anderen liegen so dazwischen, also ein super Kampfpreis, äh, ja, und wenn mich jemand fragt, äh, fragen würde, dann würde ich dieses Messer definitiv über, aber sowas von über, äh, einem, äh, Tinnäisches ansiedeln, schon allein, äh, ja, die, 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 ich weiß nicht, die ganze Ergonomie ist fantastisch, super Verarbeitung, sehr cool, so, und jetzt der Knaller, ich werde euch, ähm, hier, ein, äh, ein, äh, ja, ähm, ähm, ein Coupon-Code eingeben, ein Aktions-Code, der wird, ähm, der wird jetzt hier gleich stehen, ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, der, äh, äh, lautet SB910, aber ich werde es nochmal checken, und ebenso in der Videobeschreibung werdet ihr den auch finden, und, ähm, ähm, wer diesen Code bei der Bestellung, beim USA, beim USA, beim Michael mit eingibt, der bekommt 10% Rabatt auf dieses Messer, sprich, wenn ihr euch die schwarze Variante kauft, 34,90, bekommt ihr da nochmal, äh, knapp 3,50, äh, Abzug durch diesen, äh, äh, Coupon-Code, durch den Rabatt-Code, ja, halt minus 10%, ich finde, das ist ein super, super Deal, äh, den Michael hier anbietet, oberknaller, ehrlich, äh, finde ich total stark, dass eh, dass er die ganzen neuen Messer immer besorgt, ist super, dass man die für wenig Geld jetzt hier in Deutschland beziehen kann, und die nicht aus China ordern muss, finde ich, finde ich super klasse, und, ähm, ja, 10% weniger noch, dann bekommt man so ein Teil, äh, äh, für unter 32 Euro, in schwarz, das ist doch, das ist doch Bombe, das ist doch echt ein Knaller, Wahnsinn, ähm, und, äh, eins sollte ganz klar sein, Michael, dieses Messer, äh, werde ich auch bezahlen, das versteht sich von selbst, allerdings werde ich auch den Rabatt-Code benutzen, große, große Klasse, ja, ab dem 17.01. 910 Sanremo 12C 27, super Stahl, echt total bewährt, total klasse, dass man die Daumenpins jetzt super easy abschrauben kann, innerhalb von ein paar Sekunden, die sollen auch nicht verklebt sein, das soll total easy sein, da hat man schon, äh, nun ein 42, äh, legales Messer, ja, bla bla bla, tut mir leid, dass ich euch jetzt, äh, voll laber, die ganze Zeit hier, bin halt ziemlich geflasht von dem Teil, und, äh, definitiv solltet ihr echt, äh, rasant und schnell bestellen, ähm, ich weiß nicht, wie viel er von den Teilen hat, ja, der Hammer, und für den Preis, denke ich mal, werdet ihr nichts Besseres finden, sehr, sehr cool, Bombe, alles klar, noch eine kleine Makro-Show hinten ran, äh, ja, Michael, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, äh, ich freue mich immer über Messer, und wenn es da so coole Messer sind, äh, noch eine Ecke mehr, an alle, bleibt gesund, Peace, ich bin raus, und, äh, ja, noch eine kleine Bilder-Show hinten ran. Und, äh, ja, noch eine kleine Bilder-Show hinten ran. Musik